Armut ist für mich als Franziskaner-Minorit in einer klösterlichen Gemeinschaft einerseits immer wieder der Versuch, einen bescheidenen Lebensstil zu führen, immer in Orientierung an unserem Ordensgründer, dem heiligen Franz von Assisi, vor etwa 800 Jahren, aber andererseits auch der Versuch, mich den Mitmenschen in ihrer Notlage immer wieder zuzuwenden, in ihrer verschiedenen Notlage und so eben nicht meine eigene Zeit oder mein eigenes Ego als Reichtum zu betrachten, sondern auch davon abzusehen in Zuneigung zu den Mitmenschen.